Untertitelung des ZDF, 2020 Die EU hat ja immer das Ideal des Freihandels verfolgt und zwar in erster Linie natürlich Freihandel zwischen den einzelnen EU-Staaten und dass man halt mit der EU auf gemeinsamer Basis der EU-Mitgliedsstaaten einen gemeinsamen Markt schafft. Darüber hinaus hat man sich aber auch grundsätzlich zu den Idealen weltweiten Freihandels bekannt, natürlich immer innerhalb gewisser Grenzen, denn Zollschranken nach außen hat man ja immer aufrechterhalten in der EU. Trotzdem war Multilateralismus, weltweite Offenheit, Handel mit der ganzen Welt schon etwas, was die EU gerne sich auch auf ihre Fahnen geschrieben hat. Allerdings hat man eben Probleme bekommen, zunächst einmal mit den USA, mit America First, mit Präsident Trump, der eben gesagt hat, der Rest der Welt ist mir vollkommen egal. Mir geht es nur um Amerika und mir geht es darum, dass Amerika mehr Vorteile herausbekommt aus dem internationalen Handel als andere. Und auf der anderen Seite eben jetzt China, das sehr beständig seit Jahrzehnten schon eine Politik der wirtschaftlichen Expansion verfolgt, also immer mehr Fuß fassen will auf wirtschaftlicher Basis, überall auf der Welt, vor allem auch in Afrika, in Lateinamerika, aber jetzt verstärkt auch in Europa, auch unter Ausnutzung von Schwächen. Dass zum Beispiel der Hafen von Piraeus mehr oder weniger aus der griechischen Konkursmasse an China gegangen ist, das war klar ein Vorteil, den China für sich genützt hat. Aber da gibt es auch ganz andere Dinge, zum Beispiel einen großen Roboterhersteller in Deutschland, den ein chinesischer Konzern übernommen hat. Und gerade bei Robotern wird es schon sehr interessant, weil man die ja auch für Rüstungszwecke zum Beispiel einsetzen kann. Die SPÖ möchte gleich über Wege Europas aus der Krise sprechen. Ist denn die Europäische Union in der Krise? Durchaus. Also die Krise der Europäischen Union meiner Meinung nach war der stärkste Schlag für die EU in letzter Zeit doch der Brexit. Also es ist noch gar nicht verdaut, was das vor allem auch für die weltpolitische Rolle der EU bedeutet, dass mit Großbritannien jetzt so ein großer, wichtiger und auch weltweit vernetzter Staat weggebrochen ist. Das ist das eine. Das andere ist, dass natürlich die Pandemie jetzt schon eine Art Dauerkrise zur Folge haben wird. Nicht so sehr die Pandemie selbst, die wird man bald bewältigt haben. Aber das Ganze reißt einen riesigen finanziellen Krater in das Gefüge der EU. Und die Rückzahlungspläne für das Geld, das die EU jetzt aufnehmen will, die sind ja bis ins Jahr 2058 gestreckt. Und wer weiß, was auf dem Weg bis ins Jahr 2058 noch so an weiteren Krisen dazukommen kann. Also das Konto ist jetzt schon überzogen und möglicherweise kommen noch weitere Überziehungsmaßnahmen, weitere Krisen dazu. Keiner weiß es. Jetzt hat sich die EU in der Krise nicht immer mit Ruhm bekleckert, Stichwort Impfstoffbeschaffung. Aber vielleicht ist es auch unfair, immer mit dem Finger nach Brüssel zu zeigen. Ist es denn einfach nur ein willkommener Sündenbock, die EU? Oder ist die Kritik durchaus auch berechtigt? Teils, teils. Es ist natürlich so, dass die EU nicht allmächtig ist und dass sie gar nicht so etwas wie eine Regierung von Europa ist und auch sein kann. Es ist eigentlich so, dass die härtesten Brocken, wenn es ums Regieren geht und wenn es um Machtpolitik geht, eigentlich immer noch bei den einzelnen Staaten selbst liegen. Zum Großteil. Also zum Beispiel auch die Steuerpolitik. Jetzt hat man große Aufregung gehabt wieder, weil der Amazon-Konzern in Luxemburg keine Steuern zahlt. Ja, die EU kann da eigentlich nicht sehr viel ausrichten. Sie kann nur appellieren, an Staaten gemeinsame Steuerspielregeln zu entwickeln. Aber momentan ist es eigentlich noch Sache jedes einzelnen Staates zu entscheiden, welche Steuern er einhebt. Und wenn er mehr, wenn er weniger besteuert und wenn man sogar etwas zurückgibt, wie es jetzt zum Beispiel Luxemburg bei Amazon getan hat. Also die EU ist nicht so mächtig, wie viele glauben. Sie ist auch nicht ganz machtlos, aber sie hat in erster Linie nur die Macht der Überzeugung. Der EU die Schuld zuzuschieben für alle möglichen Dinge, die ihnen politisch nicht rundlaufen. Das ist kein neues Phänomen und auch kein ausschließlich österreichisches. Aber in der Pandemie hat das vielleicht doch eine andere Qualität bekommen. Wie sehr ist denn das Vertrauen der Menschen in die EU geschwunden? Das Problem war, dass zuletzt eben zu einer stärkeren Vertrauenskrise geführt hat, war, dass eben andere beim Impfen und bei den Bemühungen, bei den Impfkampagnen voranzukommen, wesentlich besser aufgestellt waren. Ich muss leider unterbrechen an dieser Stelle. Ich glaube zu ihr, wenn sie planetschen hope und bei den Impfkampagnen это war.